Zuhause bei Mama Mu und Krah ist das Leben so wie immer. Du bist ein toller Freund. Aber ist es ganz so wie immer? Manchmal begegnet einem ja was Ungewöhnliches. Buh! Und ich dachte, Kühe machen Mu und nicht Buh. Störchen, wo kommst du her? Aus der ganzen Welt, könnte man sagen. Dann hast du schon die ganze Welt gesehen? Ich kenne den Eiffelturm oder den schiefen Traum von Pisa. Tatsächlich? Ich habe mindestens genauso viel von der Welt gesehen. Vielleicht sollte man es ja genauso machen wie die Störchen. Sich aufmachen und sich die Welt ansehen. Kannst du dir vorstellen, eine Zeit lang einfach nur eine Kuh zu sein? Auf unserem Hof lebt eine Kuh. Mit der haben wir viel Spaß. Immer fröhlich, gut, gelaunt. Unsere Kuh, die ist ein Ass. Mama Mu träumt von der großen, weiten Welt. Eine besonders hübsche Welt. Demnächst im Kino.